Wir gehen morgen früh brunchen, kommst du mit? Ich würde gerne, aber ich muss arbeiten. Arbeiten? Was ist das? Ähm, naja, Geld verdienen. Du musst es dir verdienen? Wie grausam! Aber wann triffst du dich denn mit deinen zahlreichen sozialen Kontakten, um über deine Gefühle zu reden? Am Wochenende? Oh mein Gott! Zwei Tage die Woche? Das ist allein die Zeit, die ich mit meiner Mutter verbringe. Okay, du musst dich dringend mal von dem ganzen Stress erholen. Ladies, wir müssen sie unbedingt auf unser Fünf-Sterne-Velness-Weekend mitnehmen. Oh, danke, aber das kann ich mir nicht leisten. Nicht leisten? Wie ist das möglich? Diese Wörter, ich verstehe sie nicht.